Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken, meine lieben Freunde. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen und ein bisschen erklären, auf was ihr nun achten solltet, um mit eurem Furorkrieger nun das Maximale an Damage im Raid-Content und auch im Mythisch-Plus-Content rauszuholen. Denn nun könnt ihr auch ab sofort mit eurem Furorkrieger in den Raid-Content reingehen und könnt dort ordentlich Schaben brettern. Wie das Ganze geht, auf was ihr achten müsst, ja, das möchte ich euch nun einmal erklären. Fangen wir hier mal mit dem einfachsten an, die Werteverteilung. Bei der Werteverteilung sollten wir aktuell in Richtung 20% Crit ungefähr an Buff gehen. Ihr seht bei mir, ich steigere mich da so langsam in diese Richtung. Da solltet ihr so 18, 19, 20% Crit ungefähr erreicht haben, um dort das Maximum an Schaden herauszuholen. Der wichtigste Wert, den wir hier nun als Furorkrieger haben, ist unser Tempo. Da sollten wir ruhig die 30% Marke an Tempo, an Buff erreichen, um die wirklich maximalste Damage-Power damit zu erhalten. Danach geht das Ganze weiter. Hier sind wir dann beim Meisterschaft. Da sollten wir einen Wert von ungefähr 30% auch erreichen, um dort natürlich im Wut-Zustand das Maximum an Schaden herauszuholen. Von Vielseitigkeit können wir das mitnehmen, was wir quasi einfach so bekommen. Dann geht das Ganze weiter. Ihr solltet euch auf jeden Fall dieses Schmuckstück hier zulegen, und zwar die Fiole der Fäulnis. Dieses Schmuckstück gibt es in solchen Sturz. Wenn ihr dieses Schmuckstück noch nicht haben solltet, so solltet ihr auf jeden Fall einmal oder mehrmals versuchen, solchen Sturz abzufahren, um dieses Schmuckstück zu bekommen. Denn das erhöht gerade im Bereich Singletag, dort wo der Furorkrieger ja eigentlich sehr schwach ist im Verhältnis zu dem Waffenkrieger, erhöht das euren Schaden noch einmal enorm. Wenn ihr Raiden gehen solltet, dann kann ich euch natürlich hier einfach nochmal Wappenbuch der Steinregion empfehlen. Er erhöht nochmal ungefähr um 1,5% bis 2%, je nach Höhe, wo ihr es her habt. Eure Vielseitigkeit, das heißt auch dort habt ihr nochmal eine Grunderhöhung von eurem Schaden einfach, was auf jeden Fall sehr nice ist. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel das Dunkelmond-Jarmarkt-Schmuckstück kaufen. Auch dieses ist aktuell natürlich immer noch sehr stark. Wo haben wir das denn hier zum Beispiel liegen? Na, wo habe ich es denn da zum Beispiel? Das Dunkelmond-Karten-Set. Hier könntet ihr euch natürlich zulegen. Damit zieht ihr den Gegner nochmal Tempo, erhöht einfach nochmal euer Tempo. Ist auf jeden Fall auch kein schlechtes Schmuckstück. Ansonsten könntet ihr natürlich, wenn ihr sagt, okay, ihr kommt vielleicht hier nicht dran jetzt, gerade weil ihr den 9. Boss-Debett nicht macht, dann Schleicherflügel euch holen. Das ist vom ersten Boss. Die beiden Schmuckstücke wie Wappenbuch der Steinlegion und Schleicherflügel sind fast auf gleichem Niveau. Nicht ganz, aber ungefähr so auf gleicher Augenhöhe. Nun, wenn ihr Rain und Mythisch Plus-Content betreibt, solltet ihr auf jeden Fall sündhafte Offenbarung euch einmal auf die Mainwaffe drauf machen. Das sorgt einfach nochmal dafür, dass wir unseren Schaden auf einem Ziel quasi erhöhen. Damit machen wir entweder, wenn es auf einem Trashpack gerade auf einem Ad drauf ist, an dem einen Ad mehr Schaden. Und im Bosskampf, wenn es dann dort drauf haut, dann sorgen wir dafür, dass wir noch mehr Schaden an einem Boss machen. Sollten wir uns nun im Mythisch Plus-Content befinden, so solltet ihr lichtlose Kraft auf eure zweite Waffe machen. Solltet ihr euch im Raid-Content befinden oder mehr Raiden gehen, dann wäre hier die himmlische Führung, nennt die sich, erhöht einfach euren Primärwert nochmal um 5%. Das wäre dann die bessere Alternative, um dort nochmal das Maximum an Schaden auf jeden Fall rauszuholen. Nun, die wichtigste weitere Vorbereitung ist hier einmal auf jeden Fall unser Spektralfläschchen. Der Macht, das solltet ihr immer im Raid wie im Mythisch Plus-Content immer einwerfen, wenn ihr die Keys lauft. Dort bekommt ihr einfach nochmal euren erhöhten Primärwert um 70, heißt nochmal 70 Stärke mehr. Sorgt einfach für einen guten Schadensboost. Dann Stachelflossen-Soufflé mit Pommes ist euer Buff-Food. Sorgt einfach nochmal dafür, dass sich der Crit-Wert hier erhöht. Dann auf beide Waffen vor dem Fight immer verdunkelter Wettstein drauf machen. Sorgt einfach nochmal dafür, dass ihr eine Stunde lang auf beiden Waffen quasi einfach nochmal 20 Angriffskraft mehr habt. Dann geht das Ganze hier weiter. Trank des Phantom-Feuers, diesen immer auf Single-Tile-Kämpfe benutzen, also nur bei Boss-Fights. Sorgt jetzt im Raid natürlich nur auf die Bosse und auch im Mythisch Plus-Content immer nur auf Bosse zünden. Das sorgt einfach dafür, dass ihr nochmal einen enormen Damage-Boost gerade in der Burst-Phase im Mythisch Plus-Content habt. Nun, was macht den Furohrkrieger abseits nun seiner neuesten Buffs natürlich nochmal um 3% so stark? Ja, unsere neuen Konjuits-Freischaltungen und zwar der Ruhmestufe quasi der Ruhmestufe 30. Sorgt jetzt nun dafür, dass wir mit der Nadja-Nebelklinge hier richtig gut durchstarten können. Ganz klar, hier oben will wir abenteuerlustig einfach Stapel erhöhen, um einfach dort nochmal mehr Tempo mitzunehmen. Dann haben wir nur noch einen Potenz-Slot. Da machen wir aschene Dampfwalze rein. Egal, ob wir jetzt Tyranic-Woche haben, ob wir Verstärkt-Wochen haben oder ob wir Raiden gehen. Danach nehmen wir hier inspirierende Präsenz, einfach ansporrender Schrei. So wie die Fähigkeit Gewährte Gesundheit wird nochmal um 30% erhöht. Dann haben wir hier unten unseren ersten defensiven Slot. Dort machen wir unerschütterlicher Wächter rein. Verringert die Abklingzeit von Wütner-Regeneration um 30 Sekunden. Danach haben wir den Finessen-Slot hier und da machen wir gewaltige Ruhstörung rein. Verringert die Abklingzeit von Deutschdringendes soll nochmal um 8 Sekunden. Wir nehmen dieses Mal keinen weiteren Potenz-Slot mit, denn keiner der Potenz-Slots, die wir für den Furorkrieger haben, diese Fähigkeiten, die wir hier auswählen können, macht das weg, was wir jetzt hier unten nämlich ab Rang 30 bekommen. Und zwar unerschrockener Duelland. Der erste Gegner, den ihr im Kampf Schaden zufügt, wird als euer Widersacher gemarkt. Und ihr fügt ihm 3% mehr Schaden zu und er euch 1,5% weniger Schaden. Das sorgt einfach gerade dafür, wenn wir kämpfen bei Bossfights sowieso, dann haben wir damit immer 3% mehr Schaden dauerhaft im Boss. Auch bei Trashpacks ist es dann jetzt wichtig. Ihr müsst erstmal so grob überschlagen oder auch gucken am besten, welches Ad hat am meisten Leben, denn da wollen wir ansetzen. Das heißt, ihr seht ein Trashpack, da sind 5 Mobs drin, einer hat 100.000, die anderen haben, sag ich mal, 50.000. Dann geht ihr auf den, der 100.000 hat, zuerst drauf, schlagt direkt mit Blutdoss zu, geht in den Wutzustand, macht dann Verurteilen und sorgt immer dafür am besten, dass ihr dann wieder Verurteilen immer im Wutzustand reinballert. Denn durch aschende Dampfwalze erhöhen wir dann auch wieder noch die kritische Trefferschance unseres Verurteilens, was einfach gerade auch im Bereich AOE dann in der Kombination, wenn wir Wirbelwind machen, dann drücken wir Verurteilen. Da machen wir ja wieder Single-Target-Fähigkeiten, wieder Wirbelwind und wenn wir dann noch Verurteilen haben, wieder Verurteilen mit rein. Dadurch erhöht sich einmal enorm der kritische Trefferschaden von Verurteilen, womit wir mehr Schaden auf die anderen Ads machen, die wir quasi treffen. Und dem Ziel, was wir sowieso durch unseren unerschrockenen Duo landen gemarkt haben, fügen wir sowieso dauerhaft einfach nochmal 3% mehr Schaden zu. Das ist aktuell das Beste, was ihr hier einfach machen könnt. Denn wir haben hier mal geguckt, die ganze Zeit jetzt auch ersetzliche Bestrafung in der Kombination mit so alles rumprobiert, macht nicht das Maximum einen Schaden. Und der zweite Potenzslot hier unten ist aktuell wirklich nicht groß, der Rede wert. Wir hätten sonst hier unten mit Doppelpotenzslot noch die Möglichkeit, klar, hier entsetzliche Bestrafung zu nehmen. Verurteilen macht 10% mehr Schaden. Das ist eigentlich auch nice, ist wirklich nicht schlecht. Vielleicht kommt aber hier an unerschrockener Duo land in der Kombination mit Aschen, eine Dampfwalze einfach nicht mehr ran. Dann hätten wir hier halt noch am Tiefen des Wahnsinns, was einfach nochmal dafür sorgt, dass Tolkien halt länger geht. Auch das performt gut, performt aber aktuell nicht mehr so stark wie der unerschrockene Duo land. Das sind nun die Sachen, die ich euch jetzt mit auf jeden Fall auf den Weg geben möchte. Ich habe es jetzt getestet und sogar ich selber bin nun von dieser Kombination hier wirklich überzeugt und werde wie gesagt ab nächste Woche, auch auf Montag, Dienstag und Co. für euch hier als Furorkrieger meine Performance zeigen. Da könnt ihr dann auch nochmal einen besseren Blick drauf werfen. Falls ihr nur noch Fragen zur Skillung und etc. pp. habt, ich werde euch hier gleich hier links auf der Seite einmal ein Video verlinken, wo ihr euch quasi nochmal den Furorkrieger Guide angucken könnt, falls ihr noch offene Fragen haben solltet. Da drunter werde ich euch noch ein Video verlinken. Dann zum Thema simulieren wir das Ganze einfach, mit welchen Addons ihr quasi simulieren könnt, um dann zu gucken, welche Items in eurem Rucksack wären dann theoretisch gesehen hier besser. Hier seht ihr es jetzt gerade mal als Beispiel. Wir haben das Ganze jetzt mal gesimmt und er sagt, diese Heizkette, die ich hier jetzt gerade zum Beispiel im Rucksack besitze, ist zum Beispiel für meinen Furorkriegerspec noch 2% besser. Dann könnte man die anlegen, damit kann man noch ein kleines bisschen mehr Damage auf jeden Fall rausholen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesen neuen paar Tipps jetzt nochmal, welche Verzauberung ihr quasi einfach braucht. Ach ja, eine Verzauberung haben wir hier natürlich noch ganz vergessen und zwar die Brustverzauberung. Auf die Brustverzauberung kommt drauf ewiges Geplänkel. Macht nicht viel Schaden aus, macht aber mehr Schaden aus, als wenn wir dort einfach die Werte nehmen, die es dort aktuell auf der Brustplattenverzauberung gibt. Nun, das war es soweit auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, probiert es einfach mal auch mal selber aus. Testet es im Raid, testet es im Mythisch Plus Content und seht, wie gerade durch diese Veränderung dann euer Schaden wirklich, wenn ihr den Furorkrieger gut spielt, einfach schön kontinuierlich ansteigt. Da sind einfach locker, einfach mal so je nach Gear-Stand und Spielweise maximal bis zu 7,5 K DPS im Overall, im Mythisch Plus Content möglich. Das hängt natürlich dann auch vom Equipment-Stand ab. Aber ich sage mal, mit mittelmäßig gutem Gear, vielleicht 200, 210, 215, könnt ihr da auf jeden Fall locker die 3,5 bis 4K Overall gut jetzt mit eurem Furorkrieger machen. Und auch für den Raid-Content seid ihr mit den Vergabepunkten quasi des Talent-Bombs eures Paktes bestens vorbereitet, um auch mit einem Waffenkrieger ohne Probleme mithalten zu können. So, das war es nun von meiner Seite aus. Die beiden Videos sind auf der linken Seite. Wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jetzt jederzeit gerne auf der rechten Seite natürlich auch auf Abonnieren drücken. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Und wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir doch bitte gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das ansonsten. Ich bin raus, haut herein, euer Brocken.